Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Und letztes Mal haben wir einen neuen Feronis gefunden. Also ein Feronis-Frag, wo wir uns Sachen ohne Ende erfahren können. Also auch Geld. Und wir haben mehrere Bosse letztes Mal verprügelt. Aber wir haben leider Gottes kaum Hauptstory weitergemacht. Und dieser Agrogo will auch nochmal mit mir reden. Ja, das haben wir. Das heißt, vielleicht. Es gibt Menschen, die okay sind. Ihre Anzahl ist nur sehr gering. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja, 400 Meter darf ich jetzt erst mal schwimmen. Das wird spaßig. Oh. Diese Otter sind einfach nur süß. Der hat gerade mit einer Muschel rumgeschüttelt. Weil er die öffnen wollte. Das war putzig. Was ist das? Das ist Keves Castle, all right? First time seeing it. Ja. Same level of elaborate as Castle of Actus. Can also see Great Sword on left. Are we going through with this? No. I see it's far too risky now. The area will be under strict guard. But downslope, we could go via the forest. Mac to Wildwood, huh? Doesn't sound too bad to me. Oh-ho. Vielen Dank. 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 There's no discernible limit whatsoever. What are you? I'm saying an attack like the one you just witnessed can be delivered anywhere. So you mean to use this weapon against Agnes? Ah, if you want to use this? Ah, if you want to use this, then what about the clocks? Okay. Who said anything about the next target will be this? Oh, yeah. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, no. Oh, no. You're not. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh. Ah, Mio. Ah. Thank you. Are you okay? Yeah. I just lost my foot in for a second. I'm okay. For now. I'm okay. For now? Are you... not feeling a hundred percent? Huh? Nah, nothing like that. I'm totally fine, promise. Like I said, I just missed my footing. If you stop feeling worse, just say, I don't want you hiding it. You're a kind man, aren't you? I... I'm just... being polite. Whoa! Hmm. So what was on your mind, earlier? Yeah, that light. I was wondering if it had anything to do with us. You think, maybe... Could it have been something that Mobius did? Huh? We know that they're hunting us. Hmm. Tion, you told us before... That our consoles were actually the same. Yeah. I did say that. After that, nobody said so, but... We were all thinking it. The war between Agnes and Keves, and the consoles... Or rather, Mobius. They must be connected somehow. It could be that... All the fighting... It might be that it's all orchestrated according to Mobius. And to them, Ouroboros... Only spell trouble. Since we keep wrecking their flame clocks and all. They must really hate us messing with their stuff, I guess. So we're one big thorn in their side? Hmm. It does stand to reason that's why we're their targets. But it doesn't tell us anything about why our colonies fight. Any theories? Not as yet. But I figure... Isn't discovering that our real objective here, right? If we seek out the city, maybe we'll find answers. One way to know. Let's use this spot to rest. What are you going to have? Oh, here is right a Hentner, near me! What do you have? What do you have? so warte du willst mir glaube ich ein steinchen geben nie nicht du mit der luluka will ich reden danke für den stein kann ich eigentlich nachgucken wie viele steine noch fehlen hätte mich jetzt stark interessiert nach diese krabben da vorne ist was schönes für mich der steht doof der container der steht doof so kommt die öl was das mit angreifen will für den edelstein ansonsten ist hier nichts so 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 Wissen Sie, was Nopon sagt? Keine Ahnung, erzähl uns. Super-Villain-Pon Riku, was das bedeutet dann? Es bedeutet Extremes Bad Guy. Ah, ich denke, ich verstehe. Neme? Was ist das, meine Nene? Dann, Ohnoa und Mio und Freunde, Super-Villain-Pon. Ihr labellet uns? Labellet? Weil Freunde auch die Leben haben. Das nicht machen sie Super-Villain-Pon? Ich meine, es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben oder was. Es war sie oder wir. Also, wenn wir keine Wahl, dann nicht fallen unter Definition. Keine Ahnung haben wir nie gedacht, weil wir wollten. Es ist nur so, wie es funktioniert. Wie die Leute funktioniert. Und der Welt. Also? Der Welt ist Super-Villain-Pon. Was? Denn es machte alle Dinge zu tun. Der Welt ist der Schmerz. Der Welt ist der Schmerz. Schmerz? Ich habe das nie gedacht. Jetzt, dass du es erwähnt hast, was in der Welt sind wir denn hier? Ich habe das nicht erwähnt. Ich würde mich nicht weitermachen. Ich würde mich nicht mehr, wie du es erwähnt hast. Bist du dir das? Was hat dir diese Idee gemacht? Schau dir das? Schau dir das, mach zu mir! Die Welt ist einfach besser aus, ohne deine Presse. Die einzige Resolution, dann, ist, dass du dir selbst verletzt. Dass du siehst? Nichts. Das ist nicht so weit. Der Welt ist nicht nur weg, weil du deine Augen verletzt hast. Was? Die Moon. Die Moon. Denken Sie. Warum ist es, dass die Moon schlägt? Nur weil wir schauen. Natürlich nicht. Selbst wenn die Menschen wegfallen wären, würde sie schlägt, illuminando die Lande nach unten. Und zwar, wir sind diejenigen, die das bedeutet. Wir sagen, wir sind ein bisschen schlägt heute Abend, oder... Es sieht bläst als üblich, oder? Wie? Wir können jetzt die Welt mit dem Sinn oder es verändern. Es ist ein Privat, das wir Glück haben. Und das ist das Wuch der Ouroboros? Wir haben ihn geholfen. Wir können eine Unterschiede machen. Also, wir werden nicht super-Villains. Das ist zumindest ein Ding, das zu beurteilen. Genau? So viel zu sehen, hm? Direkt 70 Meter weiter ist direkt das nächste Event. Wahrscheinlich werden wir hier von irgendwas angegriffen. Ja. Wir sind sicher, dass wir die richtige Weg gehen, Leute? Hmm. Well, es ist ein Weg, zumindest. Wir sind sicher, dass wir hier ein Problem haben. Ja. Aber wir haben nicht die Luxurie von loiteren. Well. Ich habe keinen anderen Weg zu nehmen. Also, wir müssen das einfach mal machen. Das war's für heute. Ich wollte gerade sagen, nächster Held? Ich bin derjenige, nächster Held, nächster Held. Einer ist zumindest gleich schon mal down. Ah, jetzt habe ich keine Fusion gemacht. Ich kann einfach die ganze Zeit reinspammen. Nur noch die Pfeilfrau. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Über dich will ich auf jeden Fall mal im Team. So, Leute, ist es Zeit für den letzten Ohr-Boros-Kommando-Angriff. Aber vorher werde ich meine Leute mal eben kurz ein bisschen hochhalten. Obwohl, die werden sowieso jetzt gehalten, ne? Ist auf jeden Fall schon mal besiegt. Und haben exzellent geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal gemacht haben. Aber tot ist die trotzdem. Ne, ich meine, das hatte ich schon letztes Mal benutzt. Ich glaube nicht, dass ich hier fallen würde. Wir wollen einfach durchgehen. Wir sind nicht für Probleme. Komm schon, Leute. Was ist dein Problem? Juniper! Imogen ist auf ihre Grenze. Sie kann nicht weitergehen. Huh? Spark! Und wir könnten auch ihre Leben haben. So nah. Das ist sehr schrecklich. Wir müssen dann zurückgehen. Was war das alles? Werders? Noah? Was ist falsch? Ich dachte. Ich dachte. Soll den Archer. Sie sind ziemlich der Formidabelte. Das ist wahr. Aber es war etwas anderes über sie. Sie sagen. Sie denken nicht? Es sind die Flamme-Clocken Soldaten. Sie vielleicht sind zu hoch. Oh, komm, Noah. Sie besser nicht denken, dass sie ihre Unterstützung geben. Es ist schwer zu sagen. Aber etwas ist falsch. Sie denken, wir haben Zeit, um diese Wimme zu spüren. Sie denken, wir haben Zeit, um diese Wimme zu spüren? Die Wimme zu spüren. Aber wenn es nichts ist, dann gehen wir direkt zurück und gehen weiter. Ist das akzeptabel? Das ist gut. Okay, wir gehen. Wir gehen. Wir sollten mit ihnen zu spüren, wenn wir ihre Schritte folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.